Mein Name ist Markus Feldhoff, ich bin 52 Jahre alt, bin Inhaber und Gründer der Firma Elektro Team Feldhoff, hier ansässig in Pullern-Brauweiler. Meine Mitarbeiter sind meine zweite Familie, sage ich immer ganz schön. Meine eigentliche Familie verzichtet viel auf mich, also habe ich hier auch meinen Punkt. Alle sind ein Teil dieser Firma und jeder hat auch was zu sagen in seinem Bereich, was ich mir gerne annehme und wo wir auch nach handeln. Wir haben natürlich auch immer familiäre Probleme oder private Probleme von den Monteuren, die dann auch gerne zu uns kommen und zu mir und schildern die dann. Wir versuchen dann zu unterstützen, was geht, greifen gerne unter die Arme, wenn es um Wohnungssuche geht, wenn es Probleme gibt wegen irgendwelchen anderen Geschichten, dass die auch sehr kurzfristig und spontan Urlaub bekommen, auch wenn gar kein Urlaub mehr vorhanden ist. Und wir arbeiten zusammen an der Lösung. Jeder hat auch das Vertrauen zu mir, dass das auch nicht nach außen getragen wird. Ich habe selber in meiner Ausbildung einen sehr sehr guten Ausbilder gehabt und mein alter Lehrmeister ist heute noch mit mir sehr gut befreundet. Wir sind mittlerweile Perdu und das ist gerne was, was ich gerne weitergeben möchte an die Jungs und dieses Gefühl auch, dass sie einfach ernst genommen werden und ein Teil einer Mannschaft sind und nicht nur irgendwelche Personalnummern, die dazu dienen, irgendwelche wirtschaftlichen Bereicherungen zu machen, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir gemeinschaftlich Spaß haben auch. – – Untertitelung des ZDF, 2020